Ich würde Ihnen sagen, im Namen unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leifner, sie war selber hier vor Ort da. Danke für euren großartigen Einsatz. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Die anderen Einsatzkräfte gemeinsam haben das super gemacht. Es war also einfach sehr schön zu sehen, die Zusammenarbeit. Ich möchte mich einfach bei allen bedanken. Eine ausgezeichnete Leistung. Vielen Dank.